ein schönen guten meine herrhe freunde und agrarwissenschaftler ja heute machen wir mal ein schnelles tagesguck tagesguck ist heute großzügige lieferwagen bestellung und zwar kriegen wir für jeden lieferwagen einen kleinen gutschein ist ja gutschein woche ja wir machen mal schnell drehrad was gibt es heute schönes da war die märkte gewesen da war die märkte ich habe die könnte ich gebrauchen weil last christmas habe ich noch genug ja wie gewohnt wir lassen noch ein die erlass man auch da kommt ist ja glücksrad und nein sollte nicht so sein sollte nicht so sein lasse ich auch so was haben wir noch schönes wir können vielleicht holen weiß ich nicht und zwar vom briefkasten nein war heute nichts drin gewesen wir haben immer noch 34 ist aber noch ein paar tage hin wir kriegen auf jeden fall die 35 voll was kriegen als gutschein und wir wollen goldenen sehr nice es gibt noch ein kleines angebot habe ich vorhin gerade durch zufall gesehen wie ihr wisst ich bin ja im urlaub ich bin noch nicht gar nicht so groß gut informiert aber ich will euch natürlich mit meinen kenntnissen noch mal bestens informieren und zwar gibt das ein surfbrett für 50 diamanten oder hier so ein strand drache für 50 diamanten das ist wieder bewegte deko gefällt mir sehr gut very nice oder das ganze wandel für 25 diamanten weniger also 75 diamanten das surfboard und den drachen ja für den strand nicht schlecht also greift zu wer richtig bock drauf hat sonderangebot ich glaube das hat man schon mal die schubkarten schnäppchen hier schnäppchen da das ist nicht irgendwie nichts neues gekommen ansonsten ist ja noch hier schubkarten event oder schubkarten pakete wer noch ein paar dias braucht und schubkarten abgreifen will sollte auch hier zugreifen jawohl und wichtige informationen das tal hört heute auf oder morgen früh zehn uhr ist tal zu ende also verfahrt euer sprit normal ich habe hier noch ordentlich sprit ohne ende aber das werde ich erst heute abend tun da habe ich dann ein stündchen zeit und dann geht es natürlich nach heyday und ja sammelt auf jeden fall alles ein wirkliche quest auf jeden fall hier oben ganz wichtig ganz wichtig hier oben diese sachen einsammeln die bekommt ihr hinterher nicht mehr alles andere bekommt ihr natürlich können wir mal gucken also wir sind deko ist auf jeden fall sicher aber ich denke mal da werde ich noch mal im separaten video werden morgen noch mal machen was wir hier so alles so abgreifen können es ist nicht mehr so viel da aber ich denke mal das ein oder andere können wir noch mal ein bisschen gebrauchen aber wenn wir sehen nachdem wir die deko die werde ich mir auf jeden fall holen und zehn diamanten ihr könnt ja meine kommentare reinschreiben was ihr am besten holt ob ihr nur hier die diamanten holt oder die schübekarte oder auch die deko mit diamanten und oder ob ihr dann auch das sparschwein hier benutzt also ich persönlich benutze das sparschwein nicht und versuche eigentlich immer die dekos und zehn diamanten zu bekommen wie gesagt tal endet morgen ja da gesucht hat man auch ich muss mal gucken ob schon drin ist ereignis wochen in 29 hatten die 30 woche ist noch nichts neues dabei dann soll es das für heute gewesen sein ich wünsche euch auf jeden fall noch einen schönen sonntag viel glück da draußen schönes leben euer onkel jens